Dann zu einem Gedicht. Da war ein Mann, der hatte nie Zeit. Der musste überall hin. Jeden Post muss er annehmen und überall musste er dabei sein. Da hat Wilhelm Busch ein Gedicht gemacht. Er hat gesagt, Schützenfest, Casino-Bälle, Liedertafeln, Spritzenprobe, ohne ihn, da ging es nicht. Ohne ihn war nichts zu machen. Keine Stunde hat er frei. Gestern, als sie ihn begruben, war er richtig auch dabei.